Mein Name ist Katrina Shaw, ich habe mit meiner Kollegin Malfe Lippmann, wir sind beide GUE Team, unser Projekt vorgestellt. Wir nutzen analoge kreative Mittel, um Benutzeroberfläche, Mediennutzung und Leben am Bildschirm zu verbildlichen. Also wir machen Performances und Installationen zum Thema Mediennutzung mit Jugendlichen, mit Senioren, generationsübergreifend. Und genau, wir haben das Projekt vorgeschlagen, vorgestellt und ein bisschen diskutiert mit den Leuten im Raum.